Ok, ich verstehe. Diese Leichten, die rumlaufen, sind so ein bisschen Trittorium-Material. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Hier bin ich eben da lang gelatscht, ne? Und dann darüber... Liegt da noch ein Item oder so? Ne, hab ich überguckt, ok. Geht's hier hoch? Quatsch, von hier bin ich gekommen, oder? Hier geht's zurück zum Schreien. Geht's hier zurück zum Schreien? Ja, hier geht's zurück zum Schreien. Der muss hier gleich links sein. Ja, der ist er. Ok. Ach, die Fähigkeit Kudama... was? Kudama-Sägen? What the fuck ist Kudama-Sägen? Erhöht die Häufigkeit von gefundenen Waffen um 7%. Erhöht die Häufigkeit von gefundenen Rüstungen? Das hier wäre natürlich interessant, aber dafür... Ok, die kleinen Früchte, die ich finde, geben mir anscheinend in den Leveln verschiedene Bonus-Dinger. Das ist gut. Ok, ich möchte aber gerne aufleveln. Ich weiß noch nicht was. Beeinfluss Legen und Widerstände gegen Gift und Lähmungen. Hauptsächlich betroffene Waffe, Speer. Schwerter und Bögen. Kanonen. Äxte. Doppelschwerter und Schusswaffen. Minjutsus. Unmiyomagie. Schutzgeist. Ich mag den Speerwitz sehr, von daher investieren wir mal hier rein. Ich kann mir 3 Level leisten, ok. Ich glaube, ich ballert erstmal 3 Level hier rein. Fertigkeitspunkte erhalten, öffnen das mal. Gepackt und mit ausgeräumt von hinten. Ach du Scheiße. Und das ist pro Waffe einzeln. Ja, Prost Mahlzeit. Äh, Babalu. Video abspielen, was ist das? Wow, 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 what? 4, genau, in einer Combo. Oh. Sky bleibt noch nicht, sie trotzdem Werbung. Wild Niko. Da kann ich nichts dran ändern. Moment, das habe ich schon, oder? Das wechselt in eine andere Haltung. Bei einem erfolgreichen Pico hat er die Menge des regenerierten Key. Ok. Was ist das? Wenn dein Leben auf 30% oder weniger fällt, steigt dein Nachkampfschad um 6%, also so mini... Moment, das Ding hat mehrere Stufen. Hahaha, ok. Etikiri-Generation, was ist das? Speerheb. Du steckst deinen Gegner mit dem Schaft an der Speer. Uh, that's neat. Da habe ich aber zu wenig Punkte. Ich habe nur 2 Punkte. Ich kann mir noch gar nichts leisten. Ich bin hier gerade am durchgucken und ich merke gerade, ich kann mir hier von nichts leisten. Ok. So, dann machen wir jetzt erstmal hier Gegenstandsparty, weil ich habe so viel Shit gekriegt, dass ich keine Ahnung habe. Was ist das hier? Der langen Bogen hat... Nein, das ist der, den ich habe. Und da ich den schon benutzt habe, habe ich da Feierhaftigkeiten drauf. Ok. Ich glaube, ich sollte einen Jumi langen Bogen nehmen. Ne, Quatsch. 60, 60. Das ist der selbe Bogen, den ich schon habe. Der. Ich bin dämlich. Was mit der Lunte? Unbegrenzte Munition. Als Statuseffekt. Sure. Ok. Was haben wir denn noch an Waffen? Doppel Uchigatana. What? Ok. Ich glaube, wir bleiben bei dem Schwer zuerst mal. Statuseffekte parieren kritisch. Plus 8,1. Ok. 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 Da ändert sich nichts. Das Ding hat definitiv mehr Verteidigung. Oh mein Gott. Was sind das alle zwei Items hier? Keramikugel gefüllt mit Schießpulver. Durch starke Explosionen schießen Keramikspicker. In alle Richtungen fügen Gegner um Kasson Schaden zu. Ein einfacher Stein. Mit genau der richtigen Größe zum Werfen. Würfel auf Gegner um ihren Schaden zu füllen. Ok. Das ist so ein Ding. Ok. Heiliges Wasser. Das durch den Wasser das nicht gegnerne. Kierigen hat Solution beschleunigt. Ok. Ok. Meine Main Frage ist jetzt. Sind hier irgendwelche Gegner respawned? Ich hoffe nicht. Dann müsste der hier unten nämlich wieder da sein. Die respawnen. Cool. Das ist ja super nervig. Aber wir haben aufgelevelt. Von daher ist schon mal okay. Ähm. Holy shit. Die sieht aus, als ob die ein bisschen Wumms hätte. Gucken wir doch mal. Okay. Die ist vielleicht ein bisschen Overkill. Okay. Mit dem Speer komme ich. Mit dem Speer komme ich definitiv besser klar als sie mit dem äh. mit dem Dings. Mit dem Dings. Was war das andere? Mit dem äh Katana. Ach ja ne. Du scheißer ne. Du scheißer ne. Du wolltest mich eben töten mit dem Stein. Ich habe mir das genau gemerkt. Oh. Jetzt habe ich die ganzen Geister gefehlt, die da unten lagen. Nice. So. Noch mehr Items. Jut. Fernkampfwaffen sind soo gut. Holy shit. Wahrscheinlich auch nur, wenn ich die vorher benutze. Ein Anhänger? Let's see. Oh. Das ist ein Accessoire. Äh. Jukai-Schutz. Blitzschutz. Da ich nichts anderes habe, kann man das auf jeden Fall anlegen. Hier irgendwas was mehr. Nein. Das hat mehr Death. Yeah. Sexy. Okay. Hab ich noch ein Speer gekriegt? Ne. Das ist ein Uchigatana. Okay. Ist hier drin irgendwas? Ohne Küste. Ohne Küste. Bitte sagen, es gibt keine mehr. Nix. Ja. Wie viele Schwerte ich halt gerade finde. Und dann habe ich gerade an den Speer so ein bisschen zu mögen. Okay. Kleinen Moment. Lass mal gucken. Das Uchigatana hat auf jeden Fall schon mal mehr Power als mein Speer. Maybe werde ich ja irgendwie mit dem Speer mit den Uchigatanas noch warm. Aber gerade definitiv nicht. So ist jetzt drum herum vielleicht noch irgendwas. Ich glaube, ich will da nicht runterfallen. Sieht auf jeden Fall so aus, dass ich da runterfallen könnte. Und das wäre uncool. Du bist Stufe 15. Mit dir spiele ich garantiert nicht. Okay. Noch mehr Steine. Gutes Eisen was? Äh. Wasser Amulett. Vielleicht bei Benutzung der Waffen macht die des Wassers. Uh. Das sind äh. Okay. Das sind quasi wie. Das ist wie Souls. Und das sind Waffen Buffs. Aber was hatte ich noch? Richtig. Hat er denn noch was bekommen? Oh mein Gott. Das Tutorial. Shit. Okay. Hey, Dragon Hero. Ich könnte den Typen da töten. Aber wozu? Einfach um nochmal zu sehen wie fucking OP diese scheiß Kanone ist. Headshot. Ok. Mit nem Langbogen. Ich glaube hier bin ich aber lang gelatscht. Oh. Hier gehts doch noch runter und da patrouilliert einer. fuck ich hab daneben geschossen ok ich merke gerade dass wenn du blockst wenn du blockst kriegst du halt keine stamina dazu das ist natürlich super rührt durch absolut uncool war ich hier schon mal ja hier bin ich gerade im kreis gelaufen darum ist das haus ok wo es mega mega mail hat sich verdammt und ist leider den abgrund gesprungen und hat sich dabei das knick gebrochen und so viel zum thema mega mail einem dann mit mega mann der schritt ist einfach nur ridiculous das zweite level hat input delay ohne warum kann ich gerade meine warum kann ich nicht mehr benutzen habe ich da keine muni mehr für oder was handrohr kann ich nicht mehr benutzen müssen heute einen pfeil nehmen ok ich habe zwei arten von pfeilen keine ahnung wer es welche pfeile machen probier mal die hier bitte sagt mir das ist ein instackel ok das ist ein instackel ok du hast dual ushigatanas holy shit ich vergesse den keypulls die ganze zeit ok die beiden sind tot da ist irgendein ding das sieht nicht so aus als ob ich da lang laufen könnte wenn ich ehrlich bin das sieht ziemlich nach tot aus ich glaube das lassen wir mal bleiben what the fuck ist da hinten los bist du ein gegner du bist kein gegner aber da hinten drin ist anscheinend irgendwas du kannst nicht noch mehr davon tragen ok dann lass ich es halt liegen was zum geier geht da hinten ab will ich da hin ich sehe es nicht ok ich soll das reich da säubern ich schaue mich jetzt erstmal um hier geht es auf jeden fall runter da unten ist irgendein dämon oder was ja das geht nicht für den gegner ich frage mich ja wie ich an das item da komme ok hier kann ich lange latschen gut ich habe mir den ganzen kragen gefolgt weil ich bei simona war und der einen neuen wer bei jackson david gemacht hat das waren drei satz die mit in ok weiß ich nicht wirklich wovon du redest sorry ok wollen wir uns hier unten mit dem dicken mal anlegen nein der sieht definitiv nicht nett aus sind wir mal ehrlich der sieht so ein bisschen frage ist es hier sonst noch was ne anscheinend nicht ok 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 ganz ruhig nein, 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 nein der wollte mich runterschupsen, der Arsch nö, 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 nö alter ich spiel noch zu sehr Dark Swords, hab ich das Gefühl nein, ich bin fuck ich bin halt eiskalt runtergerollt, weil ich dumm bin okay oh, ich bin so dumm ich hab ihn nicht getroffen ich mein, der Speer hat auf jeden Fall Range definitiv mehr Range als, äh ne, Dingerskirchen warum muss man hier so einen Typen gönnen? ich mein, die geben doch bestimmt Amaritas mein Gott mein Gott wie viele liegen denn hier rum fuck, ich hab ihn schon wieder nicht gekillt fuck fuck okay, come on, come on, come on okay game ist definitiv nicht einfach, man es gibt so viel Shit, über den du nachdenken musst, während du fightest das ist der Wahnsinn aber ich glaub, da ist einfach vieles auch muscle memory von lass mich mal die anderen Pfeile probieren okay hey Q so, hier war noch der Typ in der Ecke ich frag mich halt, warum die scheißpistole befuckend okay, sind die ich seh ihn grad nicht, also da die scheißpistole ist halt so P und Pfeil und Bohm machen halt so gefühlt 0 Damage das ist super weird Barbara Dessian ich kann nicht noch mehr davon tragen ich weiß nicht mehr, was das ist was ist denn das? ach so, das sind Feuerbomben vielleicht sollte ich die einfach mal benutzen wenn ich die ja schon in Unmengen Kopf geschmissen krieg okay, da ist die Kiste, die hatte ich schon ich schmeiß uns grad mal ein Elixier ein irgendwo da hinten bin ich gestorben, ne? oh ja, ich seh meinen Schutzgeist, der steht da okay du musst die halt echt sauber headshotten wenn ich überhaupt sterben tschöö tschüssi Weg mit dem Stein, mit dem Stein. Ich könnte ja mal Waffen-Buffs probieren, oder? Das war ein Waffen-Buff. Was ist das? Er hielt für den Übrigen die Vertrautheit. Okay. Und ich hatte noch einen Waffen-Buff. Ich hatte nicht nur Wasser-Waffen? Okay. Let's see. Kann ich mich eigentlich ransteifen und irgendwie backstabben oder so? Wenn der einen hittet, hittet der halt hart, ne? Okay. Toll, ein LX-Tier. Hubu. Das da sieht interessant aus. Kann ich hier rüber laufen? Vermutlich. Was ist denn das hier, Mädels? Heißer Quelle. Wow. Der Instance-Trip. Wtf. Okay, das hat mir irgendeinen Buff gegeben. Holy shit. Läuft da unten alles rum? Mann, hier läuft ein Typ rum. Ich hab nur sechs Pfeile, Mann. Fuck das. Ich hab mich aber anscheinend nicht gesehen. Okay, ja. Das sieht aus wie tot, wenn ich hier gerade weiterlaube, wenn ich ehrlich bin. Oh, da hinten ist noch einer. Oder ist das tot? Ganz viel Vorsicht. Da oben ist halt noch einer. Ja, toll. Prost-Mahlzeit, ey. War das mit dir los? What the? What the f... Toll, das ist ein Pudding. Der kaum Schaden nimmt. Vielleicht geht's an der Waffe. Ja, das ist egal. Er nimmt nie kaum... Kaum Schaden. Egal, was er nimmt. Okay. Guter... Tömer... Irgendwas. Okay. Okay. Okay, das Spiel, in dem man von Pudding attackiert wird. In Ordnung. Ist alles schlechter. Das ist besser. Das ist besser. Ist alles schlechter. Vielleicht irgendeinen neuen Sinnvollen Speer gekriegt, maybe? Ne, nur das bessere Ushigatana, ne? Ich find's halt cool, dass man Vertrautheit mit der Waffe kriegt und daher anscheinend sein Damage boostet. Ist neat. Okay. Maximale Vertrautheit erreicht mit Speer. Okay. Okay, in dem Yokai-Reich ist meine Ausdauer reduziert. So, das nehmen wir mit... Schwachstahl-Axt. Was will ich mit Äxten? Ich will ja keine Äxte benutzen. Belebte Waffe bei voller Amarita-Anzeige. Das bringt mir jetzt was. Gerade spontan anscheinend gar nichts. Okay. Was ist hier? Ich vermute mal, dass dieses Haus nicht ungewohnt ist. Das sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Aber ich schwöre, ich hör irgendwas. Dich da oben hab ich grad gesehen, mein Freund. Ich hab keine Pfeile mehr. Ich hab weder Pfeile noch Kanonenkugeln. Das macht's ja natürlich viel, viel besser. Da drin ist irgendwas. Es sieht aus wie... Es ist ein Regenschirm. Mhm. Oder ein Sonnenschirm. I don't care. Definitiv ein Schirm. So, du kleiner kommst mal zurück. Küste. Locker eines Magiers. Okay. Kleine Geistersteine sind gut. Das ist quasi Minisouls. Zum Ausgeben. Den da oben hab ich gefehlt. Was ist das hier? Okay. Wär halt cool, wenn der mal irgendwie wieder ein Schrein wäre oder ein Shortcard oder irgendwas. Das liegt dir nicht da覺. Können Tag. Jahr live hier. Vielen Dank.